Ich habe mir überlegt, ich will was über das Thema TTIP erzählen, weil nicht nur weil das irgendwie das Thema ist, worauf man im Europawahlkampf am häufigsten angesprochen wird von den Leuten, sondern auch einfach weil mit TTIP solche Probleme für die Demokratie in Europa auf uns zukommen, dass eine ganze Menge von anderen Vorhaben, die wir haben, beim Datenschutz beim Urheberrecht und so weiter, erheblich erschwert werden, wenn dieses Abkommen verabschiedet wird. Und deshalb ist es, glaube ich, auch als erster Schritt nicht nur für die Piraten, die dann im Europaparlament sitzen, sondern auch für die Leute auf den Straßen ebenso, dass wir auch unsere Aufmerksamkeit in nächster Zeit fokussieren sollten. Wir Piraten, wir haben ja so eine Europawahlkampagne, Europa grenzenlos, plakatieren unter anderem irgendwie das hier. Und da stellt sich dem einen oder anderen die Frage, beziehungsweise ich bin auch schon am Infostand gefragt worden von Leuten, ja, Moment mal, ihr wollt hier Grenzen überwinden, ihr wollt irgendwie Frieden schaffen, dadurch, dass Leute sich miteinander austauschen. Ist das dann nicht ein bisschen unlogisch, dass ihr euch gegen dieses Freihandelsabkommen engagiert? Weil eigentlich ist es doch gut, wenn irgendwie die Leute miteinander Handel treiben und irgendwie die ganze Welt näher zusammenrückt. Klingt auf den ersten Einblick oder so beim ersten Nachdenken erstmal plausibel. Ich will hoffen, oder mein Ziel ist, euch zu erklären, warum wir uns gegen TTIP engagieren und warum das auch nichts irgendwie mit Vorurteilen gegen die USA oder so zu tun hat, sondern tatsächlich eben mit Problemen für die europäische Demokratie. Also was ist überhaupt dieses Titel? Der Titel steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Da fängt die Verwirrung auch schon an, weil während dieses Verhandlungsprozesses, also seit dieses Abkommen in den letzten Jahren verhandelt, wurde es auch schon mal seinen Namen geändert hat, es hieß davor TAFTA, Transatlantic Free Trade Agreement, also wenn ihr TAFTA hört, das ist das gleiche Ding, die Verhandlungsführer haben sich zu irgendeinem Zeitpunkt dazu entschieden, dass sie diesen Titel austauschen wollen, auch weil es eben negative Presse gab und so, da komme ich aber nochmal drauf zu sprechen. Es geht also einerseits um Freihandel, andererseits eben auch um Investitionen auf beiden Seiten des Atlantiks. Ausgehandelt wird dieses Abkommen zwischen der Europäischen Union und den USA und für die Verhandlungen verantwortlich auf europäischer Seite ist eben die Europäische Kommission in Person unseres EU-Handelskommissars, diesen Namen ich immer falsch ausspreche, aber das ist er jedenfalls. Und auf der amerikanischen Seite Daniel Lainey, der Handelsrepräsentant, von dem gibt es leider keine freien lizenzierten Bilder im Netz, deshalb kann ich den hier jetzt nicht zeigen. Der existiert aber. Ja, also was ist der Grund oder was sagt uns die Kommission, warum es dieses Freihandelsabkommen geben soll? Erstmal geht es darum, eben einen gemeinsamen Markt auf beiden Seiten des Atlantiks zu schaffen, das heißt die Zölle sollen abgebaut werden, wenn Unternehmen irgendwie in dem einen Land ein Produkt verkaufen sollen, sie das genauso, also auch in einem anderen Wirtschaftsraum verkaufen können. Und es soll gleiche Standards geben. Also bestes Beispiel irgendwie bei diesen Standards, das sind teilweise relativ triviale Sachen. Zum Beispiel, wenn man ein Auto in Europa anbietet, da müssen die Rückblinker orange blinken, in den USA müssen sie rot blinken. Und in dem Moment, wo jetzt ein Autohersteller auf beiden Märkten sein Produkt anbietet, da muss er im Prinzip zwei Produktionslinien haben und eben die Blinker austauschen. Das ist jetzt ein relativ unproblematisches Ding, weil es irgendwie keine Verbraucherschutzrechte einschränkt, wenn jetzt alle Blinker rot sind oder alle Blinker orange. Das heißt, teilweise sind das so relativ triviale Sachen. Ja, warum soll das gemacht werden? Die Europäische Kommission sagt, es entstehen auf beiden Seiten des Atlantiks ganz viele neue Jobs durch dieses Abkommen. Es soll ein Wirtschaftswachstum geben und deshalb sollte die Bevölkerung es auch in ihrem Interesse sein, diesem Abkommen zuzustimmen. Soweit, das ist das, was man meist eben auch einerseits von der Kommission, aber eben auch von Angela Merkel und von Barack Obama hört, wenn sie irgendwie verhandeln und über TTIP reden, klingt erstmal wenig dramatisch. Wo ist also das Problem? Zunächst mal muss man diese Ansagen über das Wirtschaftswachstum und die Jobs tatsächlich infrage stellen. Also die Europäische Kommission bezieht sich da meist auf eine relativ kleine Zahl von Studien, die in Auftrag gegeben wurden, einmal vom Bundeswirtschaftsministerium, das andere von der Europäischen Kommission selbst. Das vom Wirtschaftsministerium ist irgendwie vom Münchner IFO-Institut, das von der Bertelsmann Stiftung gefördert ist. Und diese Studie geht eben davon aus, dass es zu einem relativ geringen Anstieg von Löhnen kommen soll, stellt aber jetzt keine großen neuen Jobs fest. Die im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführte Studie, die auch ganz oft zitiert wird, die eben von einem Wirtschaftswachstum von einem halben Prozent redet, ist tatsächlich im Wirtschaftswachstum über zehn Jahre. Das heißt, tatsächlich geht es da um Wirtschaftswachstum von 0,05 Prozent. Das ist in einem Bereich, wo man eigentlich davon ausgehen kann, weil diese wirtschaftswissenschaftlichen Modelle, die angestellt werden, wenn man die Auswirkungen so eines Abkommens untersucht, die haben natürlich eine gewisse statistische Unschärfe. Und das ist in einem Bereich, wo man sagen kann, eigentlich kann man von keinen besonders gesicherten positiven Auswirkungen ausgehen. Man muss auch dazu sagen, bei diesen Studien, die gehen von ziemlichen Best-Case-Szenarios aus, die gehen davon aus, dass die Zölle komplett abgeschafft werden und dass auch eine ganze Reihe von anderen Barrieren für den Handel, zum Beispiel irgendwie unterschiedliche Sicherheitsstandards, abgebaut werden. Und wenn man sich jetzt die Realität anschaut, in wie vielen Bereichen, gerade so zum Beispiel bei der Lebensmittelsicherheit, es unterschiedliche Standards gibt, ist es extrem unrealistisch davon auszugehen, dass es tatsächlich einen kompletten Binnenmarkt gibt, wo genau die gleichen Produkte überall angeboten werden. Insofern kann man davon ausgehen, dass die realen positiven Folgen wahrscheinlich eher noch niedriger ausfallen werden. Und man muss sich halt auch überlegen, wenn irgendwie mehr gehandelt wird zwischen zwei Wirtschaftsräumen, dann heißt das nicht immer, dass die Leute tatsächlich mehr kaufen. Es kann auch sein, dass sie halt weniger aus anderen Ländern importieren oder weniger innerhalb der EU gehandelt wird. Und da das bei diesen Studien nicht einbezogen wird, kann man auch davon ausgehen, dass es vielleicht überhaupt keinen Effekt gibt oder sogar einen negativen Effekt. Ein weiterer Punkt, weshalb dieses Abkommen extrem kritisch zu sehen, ist es der Punkt der Transparenz. Also das hier ist ein Raum der Europäischen Kommission. In diesen Räumen finden seit Jahren schon Treffen statt. Einer sogenannten High-Level-Working-Group, das heißt, da trifft sich die Europäische Kommission mit Vertretern von, also offiziell Zivilgesellschaft und Unternehmen, aber in der Praxis ist es eben so, dass von 150 dieser Treffen irgendwie 120 mit Unternehmensvertretern stattgefunden haben. Also das heißt, es wurden in der Vorbereitung dieses Abkommens in nicht öffentlichen Verhandlungen halt vor allen Dingen Industrieinteressen angehört. Dieser Vorwurf kommt immer wieder, also dass das Ganze eben intransparent ausgehandelt wird. Der Vertragstext, um den es geht, der ist tatsächlich nicht öffentlich einsehbar, weder für uns noch für die Abgeordneten des Europaparlaments, die da irgendwann drüber abstimmen sollen. Und ja, Barack Obama, als er neulich in Brüssel war, hat zu diesem Thema auch Stellung genommen und hat gesagt, naja, wir sollten jetzt mal aufhören, TTIP zu kritisieren, weil wir ja noch gar nicht wissen, was drinsteht. Wir sollen halt abwarten, bis der Vertragstext irgendwann auf dem Tisch liegt. Und dann hat die Öffentlichkeit ja Zeit, sich dazu zu äußern und sich eine Meinung zu bilden. Das ist in der Praxis extrem unrealistisch, weil es ist geplant, dass dieses Abkommen 2015 unterzeichnet werden soll und es wird wahrscheinlich sich so in einer großen Örtnung von 6000 Seiten bewegen. Das heißt, wenn das dann irgendwann nächstes Jahr veröffentlicht wird und einen Monat später zur Abstimmung kommen soll, ist es halt absurd anzunehmen, dass sich in so einer kurzen Zeit ein öffentlicher Protest entwickeln könnte, wenn das tatsächlich nötig ist. Insofern ist es dringend notwendig, sich trotz dieser Intransparenz, und obwohl uns der Vertragstext nicht vorliegt, auch jetzt schon kritisch mit diesem Thema TTIP auseinanderzusetzen. Also wie schon gesagt, das Europaparlament und auch die Handelsausschüsse der nationalen Parlamente, die haben keine Einsicht in diese Akten. Es gibt einen Unterausschuss für, also im Handelsausschuss des Europaparlaments, die zumindest nach jeder Verhandlungsrunde von der Europäischen Kommission gebrieft werden, Fragen stellen können, aber sie müssen sich dann eben auch auf die Aussagen der Kommission verlassen und bekommen eben nicht den tatsächlichen Vertragstext, auf den es eben ankommt. Am Ende wird auf jeden Fall das Europaparlament diesem Vertrag zustimmen müssen, damit er in Kraft tritt. Allerdings, ob der Deutsche Bundestag oder womöglich sogar der Bundesrat zustimmen wird, das wissen wir erst, wenn der Vertragstext vorliegt, liegt, weil erst dann können wir sehen, ob Rechte von Mitgliedstaaten betroffen sind oder nicht. Weiterer Punkt, weshalb man sich, also weshalb sich jetzt schon viele NGOs mit diesem Thema beschäftigen, ist der Verbraucherschutz. Und ihr habt bestimmt irgendwie das Stichwort Chlorhühnchen schon mal gehört. Das ist natürlich eine relativ leichte Art und Weise, ganz viele Leute gegen dieses Abkommen zu mobilisieren, zu sagen, dann kommen die Chlorhühnchen aus den USA auf unsere Teller. Ich halte es aber für eine etwas gefährliche Argumentationsweise. Also nicht nur, weil es womöglich irgendwie so Anti-Amerikanismus weckt, weil genauso auf der anderen Seite des Atlantiks haben die Leute halt irgendwie Angst, dass europäische Finanzmarktstandards, die teilweise niedriger sind, eben in den USA übernommen werden oder dass BSE-Fleisch auf ihre Teller kommt, wo sie wiederum strikte Regeln haben. Also es ist nicht so, dass die Standards der EU in jedem einzelnen Punkt höher sind als die der USA. Da muss man dann immer auch ein bisschen aufpassen in der Argumentation, dass man nicht sagt, die USA wollen uns das aufzwingen und so, sondern es sind tatsächlich auch zum ganz großen Teil die Interessen von europäischen Unternehmen, die da hinterher sind. Gerade die deutsche Automobilindustrie hat ein ziemlich großes Interesse daran, dass dieses Abkommen verabschiedet wird. Also nur so was, ich glaube, die Chlorhühnchen sind wahrscheinlich nicht so der springende Punkt bei der ganzen Sache. Julia, die Amis dürften einfach am meisten aufkommen, dass sie mal gesundes Essen sind, zu Regeln. Ja, ich würde halt genau so nicht argumentieren. Also ganz einfach, ich versuche es ein bisschen zu erklären. Das Problem ist halt, es könnte passieren, dass irgendwann, irgendwann muss der Vertragstext ja veröffentlicht werden und es könnte passieren, dass dann kein Wort zu Chlorhühnchen oder zu GMOs oder zu irgendwas drinsteht, weil natürlich die Kommission auch nicht ganz blöd ist, die will diesen Vertrag verabschieden und die wissen auch genau, was für Stichworte den öffentlichen Protest triggern. Und es kann eben sein, dass sie bewusst bestimmte Dinge, die besonders kontrovers ausklammern, die dann aber durch die Hintertür trotzdem reinbringen. Das sieht man halt auch daran, wie sich die Verhandlungspartner teilweise schon äußern. Also dass irgendwie sowohl der EU-Handelskommissar als auch Barack Obama irgendwie in öffentlichen Statements sagen, also es wird auf keinen Fall eine Absenkung von Nahrungsmittelstandards geben und solche Geschichten. Aber das Problem ist, ja, die Verhandlungsparteien sind nicht ganz blöd. Die haben auch bewusst zum Beispiel den Namen von TAFTA in TTIP geändert. Weil TAFTA klingt halt so ähnlich wie NAFTA oder auch wie ACTA alles eben abkommen, die ja negative Assoziationen wecken. Und sie wissen eben auch, dass dieses Chlorhühnchen inzwischen wirklich zum Inbegriff, dieses Protest geworden ist. Und insofern kann es sehr gut sein, dass sie sich hüten werden, irgendwelche Standards wirklich in dem Vertragstext festzulegen. Was sie stattdessen tun werden, aus diesem Bereich ist halt schon an die Öffentlichkeit gedrungen. Es gibt einen Leak von einem internen Verhandlungsdokument der Europäischen Kommission, aus dem hervorgeht, dass die TTIP-Regelung zur sogenannten regulatorischen Kooperation beinhalten soll. Ich selbst spiele irgendwie in meiner Freizeit Rollenspiele. Und da ist es so, wenn Leute versuchen, irgendwas zu machen, was eigentlich so nicht vorgesehen ist und was die anderen Spieler auch nicht mal haben wollen, wenn man so ein Powergamer ist, dann fängt man an, über die Regeln zu diskutieren und irgendwelche Hausregeln einzuführen. Oder genauso macht man das teilweise mit irgendwelchen Satzungs- und Geschäftsordnungsdiskussionen. Das heißt, was passieren soll bei TTIP, was eben aus diesem Leak hervorgeht, ist, es soll ein sogenanntes lebendes Abkommen oder Living Agreement sein. Das bedeutet, ein Vertrag, der sich nach der Verabschiedung selbst weiterschreibt. In TTIP werden Regeln Regeln und Institutionen geschaffen, die darüber entscheiden, wie in Zukunft neue Regulierungen verabschiedet werden können. Insofern kann es halt sein, dass in dem Vertrag erst mal nichts zu Chlorhündchen und GMOs und so weiter gesagt wird, aber dort eben festgelegt wird, was die Europäische Kommission alles tun muss, wenn sie in Zukunft irgendwelche Verbraucherschutzregeln oder irgendwelche Umweltschutzregeln anpassen muss. Und diese Regeln sind halt sehr zum Vorteil von großen Unternehmen gestaltet. Nämlich, das wird folgendermaßen ablaufen, die Europäische Kommission ist die einzige in der EU, die neue Gesetze auf den Weg bringen kann. Also, Abstimmen tun über die Gesetze zwar das Europaparlament und der Rat, aber sie können selbst keine Initiativen starten. Es kommt immer von der Europäischen Kommission. Und die soll sich in einem gemeinsamen Kooperationsrat mit der amerikanischen Seite zusammensetzen und ein sogenanntes Frühwarnsystem etablieren, mit dem Unternehmen frühzeitig informiert werden, dass eine Initiative in Planung ist. Also mal angenommen, die Europäische Union würde Fracking verbieten wollen, dann muss sie halt sowohl europäische als auch amerikanische Energiekonzerne darüber informieren, diese Initiative ist in Planung. Dann werden diese Unternehmen angehört von der Europäischen Kommission. Die können ihre Stellungnahmen dazu abgeben, können dadurch den Prozess der Initiative verzögern und es gibt eben einen Stakeholder-Dialog, das heißt irgendwie die Europäische Kommission muss sich mit allen, also offiziell sowohl mit der Zivilgesellschaft als auch mit den Unternehmen auseinandersetzen, die das betrifft. In der Praxis haben da aber einfach Unternehmen viel besseren Zugang zu diesen Möglichkeiten und sie müssen eben bei jeder neuen Initiative untersuchen, hat das negative Auswirkungen auf den Handel mit den USA und das ist natürlich im Fall von der Erhöhung von Umweltschutzstandards oder Verbraucherschutzstandards immer gegeben. Das ist besonders problematisch, weil in TTIP neben dieser regulatorischen Kooperation auch Regel zum Investoren Schutz vorgesehen sind. Das wird auch in den Medien im Moment schon relativ stark kritisiert, also Investoren Schutz bedeutet in dem Fall, dass sich Unternehmen, die von einem neuen Gesetz sich davon ausgehen, dass die Umsatzeinbußen bedeuten, eben gegen dieses Gesetz klagen kann vor einem privaten Schiedsgericht. Das gibt es teilweise schon in Deutschland, also Deutschland ist zum Beispiel in den 90er Jahren der Energiekater beigetreten. Das ist so ein internationales Abkommen, das Investoren Schutz für den Bereich Energie vorsieht. Und nach dem Reaktorunglück von Fukushima haben wir hier in Deutschland den Atomausstieg beschlossen im Bundestag und daraufhin hat Vattenfall eben als ein ausländischer Investor in den Kernenergiebereich Deutschland auf Schadensersatz verklagt, vor so einem privaten Schiedsgericht im sogenannten ICSID. Und dieses Verfahren läuft immer noch, ich glaube es geht um ungefähr 4 Milliarden Euro, die Deutschland eben an Vattenfall als Entschädigung dafür zahlen soll, dass die ihre Atomreaktoren nicht weiter betreiben dürfen. Es gibt auch in anderen Handelsabkommen eben Beispiele dafür, wie sich dieser private Investorschutz eben negativ auf Verbraucherschutz Gesetze auswirkt. Im Rahmen des Freihandelsabkommens NAFTA in Amerika, da sind unter anderem eben die USA und Kanada Mitglied, gab es einen Fall konkret zum Thema Fracking. Da hat der Staat Quebec in Kanada ein Moratorium verhängt auf Fracking. Das heißt, sie haben noch nicht mal Fracking verboten, sondern sie haben einfach nur gesagt, okay, Fracking wird ausgesetzt für einen bestimmten Zeitraum und während dieses Zeitraums werden wissenschaftliche Untersuchungen angestellt, ob Fracking schädlich ist. Dagegen hat eben Don Palm Resources, ein amerikanischer Gasförderkonzern geklagt. Das Verfahren läuft auch immer noch. Also das heißt, das ist so eine Möglichkeit fördert natürlich unverantwortliches Handeln von Regierungen, weil es eben einen Grund gibt, solche Maßnahmen wie zum Beispiel so ein Moratorium, was der der Sicherheit der Bevölkerung dienen soll, eben nicht zu machen, weil sie eben damit rechnen müssen, dann verklagt zu werden. Ein anderer Fall, der auch ganz interessant ist, ist der Fall von Philip Morris gegen Australien. Australien hat ein Gesetz verabschiedet, dass auf Zigarettenpackungen solche Warnenweise abgedruckt werden müssen und dass eben die Verpackungen neutral designt werden müssen, um eben so, dass man nicht mehr so offensiv mit Zigaretten werben darf. Philip Morris hat im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen Australien und Hongkong dagegen geklagt. Das ist insofern ganz interessant, dass Philip Morris eigentlich ein amerikanischer Konzern ist, aber sie haben, weil eben es Investorenschutz in einem Freihandelsabkommen zwischen Australien und Hongkong gibt, haben sie ihre Hongkonger Tochterfirma genommen und dann mit dieser Firma Australien verklagt. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Fälle, irgendwie zum Beispiel auch im Rahmen von NAFTA. Mexiko hat eine Steuer auf so Mais-Sirup eingeführt, weil der halt extrem gesundheitsschädlich ist und dagegen haben dann irgendwie erfolgreich auch US-Softrink-Hersteller geklagt. Da ist es auch tatsächlich dann zu Schadensersatzforderungen gekommen, also es musste tatsächlich gezahlt werden. In den meisten dieser Klagen läuft es so, dass sich die beiden Parteien auf den Vergleich einlegt, weil die Klage und das Verfahren vor diesem privaten Schiedsgericht ist an sich schon sehr, sehr teuer. Da werden halt eine kleine Gruppe von Anwaltsfirmen beauftragt, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, die auch extrem teuer sind und deshalb ist es meistens im Interesse der Regierung überhaupt nicht zu einem Entscheid vor diesem Schiedsgericht kommen zu lassen, sondern im Vorfeld schon so eine Art Entschädigungen zu zahlen, um eben das Unternehmen dazu zu bringen, die Klage zurückzuziehen. Das heißt, es fließt in den meisten Fällen Geld, obwohl es überhaupt nicht zu einer Entscheidung gekommen ist. Das Problem ist jetzt auch, wie wir in diesem Fall mit den Zigaretten gesehen haben, das betrifft eben immer nicht nur die Länder, die tatsächlich an diesem Freihandelsabkommen beteiligt sind, sondern wir haben es halt nur mal mit einer globalisierten Wirtschaft zu tun und mit Unternehmen, die Sitze in allen möglichen Ländern haben und deshalb ist es halt sehr problematisch, dass sich hier durch diese Abkommen zwischen einzelnen Ländern im Prinzip so ein weltweites Netz aus einzelnen Freihandelsabkommen aufspannt und jedes Land ist eine ganz Vielzahl von denen involviert und das macht es auch extrem schwierig, da irgendwann wieder auszusteigen, weil halt immer auch alle Vertragsparteien das dann aufkündigen können müssen. In dem Fall halt, also die USA sind schon Teil von NAFTA, wo Kanada und Mexiko dabei sind, die Europäische Union hat eine gemeinsame Freihandelszone mit die EFTA, zusammen mit der Schweiz, Norwegen, Island und so weiter und auch die Beitrittskandidaten zur EU müssen die Wirtschaftsregel der Europäischen Union übernehmen, das heißt, es ist ein ganz großer Teil der Welt, der unmittelbar von diesem Abkommen betroffen ist, aber eben nicht mit am Verhandlungstisch sitzt und natürlich hat es auch Auswirkungen auf den gesamten Welthandel, insofern kann man das auch grundsätzlich diskutieren, dass da die beiden größten Wirtschaftsräume der Welt im Prinzip miteinander intransparent Regeln verhandeln, die letzten Endes Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft haben. Ja, das ist ein Mauscheleit. Ja, also ich selber bin Politikwissenschaftlerin und mir geht es auch bei diesem ganzen Thema Demokratieupgrade, Demokratisierung der EU, was mir sehr am Herzen liegt, darum, die Möglichkeiten offen zu halten, dass wir das überhaupt machen können. Und man muss sich immer, gerade bei diesen Abkommen, die extrem komplex sind, angucken, was machen diese ganzen problematischen Aspekte in der Kombination. Und das muss man sich echt mal überlegen bei TTIP. Also erstens, Initiativrechte in der EU hat nur die Europäische Kommission, das heißt, es gibt keinen anderen Weg, zum Beispiel ein europäisches Datenschutzgesetz oder ein europäisches Umweltschutz auf den Weg zu bringen, es sei denn, die Europäische Kommission startet das. Mit TTIP wird die Europäische Kommission eben verpflichtet, immer erst mal Unternehmen anzuhören. Das heißt, die haben an der Stelle einen privilegierten Zugang zur Gesetzgebung und werden einbezogen zu dem Zeitpunkt noch vor den gewählten Vertretern im Parlament und noch vor der Öffentlichkeit. Und diese Unternehmen bekommen mein Klagerecht über diesen Investorenschutz. Was würde ich jetzt machen, wenn ich meinetwegen Facebook bin und die EU will irgendwie eine Verschärfung des Datenschutzes verabschieden? Ich könnte damit drohen, dass ich eben im Fall der Verabschiedung dagegen klagen würde, weil natürlich werde ich da als ausländischer Investor diskriminiert, weil ich kann mich ja nicht an so hohe Datenschutzstandards halten wie ein europäischer Konzern, weil ich ja gesetzlich verpflichtet bin, der amerikanischen Regierung bestimmte Daten herauszugeben zum Beispiel. Das heißt, die Kommission weiß schon, wenn sie dieses Gesetz auf den Weg bringt, wird sie verklagt. Die Unternehmen haben mehr oder weniger unbegrenzt Zeit, ihre Sicht der Dinge darzustellen und eben auch zu versuchen, diese Initiative zu verhindern. Und wenn sie verhindert wird, das ist das eigentlich Interessante, kriegen wir davon überhaupt nichts mit, weil die Initiative wurde ja noch nicht gestartet. Das heißt, das öffnet im Prinzip den Weg für einen Lobby-Einfluss, der neue Verschärfung von Verbraucherschutz verhindert, ohne dass es darüber irgendeine öffentliche Kontrolle gibt, weil das halt komplett am Parlament vorbei passiert. Insofern kann man davon ausgehen, dass eben nach TTIP nur noch Initiativen der Europäischen Kommission überhaupt das Parlament erreichen, die von der Tendenz her eher unternehmensfreundlich sind und eher zu einer Liberalisierung des Marktes führen. Und das schränkt natürlich die Möglichkeiten des Europaparlamentes im Interesse der Menschen in Europa irgendwie Schutzstandards zu erhöhen, extrem ein. Ja, warum macht es eben trotzdem Sinn, sich da jetzt im Europäischen Parlament genau mit diesem Thema zu beschäftigen? Lustige Anekdote am Rande zu diesem Bild, also das ist das Europäische Parlament in Straßburg. Das darf man nicht fotografieren und ins Netz stellen, weil in Frankreich der Europäische, der Architekt dieses Gebäudes Urheberrecht auf die Fotos hat. Das ist auch so ein Ding, auch einer der Gründe, weshalb ich mich für ein europäisches Urheberrecht einsetze, weil es eben im Moment eine ganze Menge von wirklich absurden Sonderrechten auf nationaler Ebene gibt. Hier in Deutschland zum Beispiel die GEMA-Vermutung, dass sie einfach davon ausgehen kann, dass irgendwelche Lieder von Münster dann grundsätzlich von der GEMA vertreten werden. In Frankreich gibt es da diesen Quatsch. Der einzige Grund, weshalb die Wikipedia das trotzdem veröffentlichen kann, dieses Bild, ist, weil sie sagen, naja, da ist ja eigentlich gar nicht das Parlament abgebildet, sondern die Farben und das Parlament ist halt zufällig im Hintergrund. Das noch im Rande. Aber also das Europaparlament ist das einzige Parlament, von dem wir sicher wissen, dass es TTIP stoppen kann. Wir wissen nicht, ob die nationalen Parlamente über TTIP werden abstimmen dürfen, das hängt von dem Vertragstext ab, aber seit dem Vertrag von Lissabon hat das Europaparlament das Recht, solche internationalen Abkommen zu ratifizieren oder eben im Zweifelsfall auch abzulehnen. Aber eben nur in einem einzigen Votum. Das heißt, sie werden nicht in die Verhandlungen einbezogen, sie können nicht irgendwie einzelne Aspekte zustimmen und irgendwie sagen, okay, das mit der Vereinheitlichung der Autoblinker oder so, das finden wir sinnvoll oder meinetwegen sollen alle, die nach vier Papieren benutzen, das geht eben nicht, sondern der ganze Vertrag wird dem Europaparlament wahrscheinlich nächstes Jahr zur Abstimmung gestellt und es gibt dann genau ein Votum darüber. Deshalb lastet natürlich auch ein ziemlich hoher Druck auf den Abgeordneten, weil natürlich viele der nationalen Regierungen, gerade auch ihre Regierungsparteien, Druck ausüben, diesem Abkommen zuzustimmen. Und beide Kommissionspräsidentschaftskandidaten der großen Parteien haben sich schon positiv über TTIP geäußert und haben halt gesagt, also zwar sagt Martin Schulz irgendwie, ja, das muss alles transparenter laufen, aber grundsätzlich sind sie beide dafür. Das heißt, auch die nächste Kommission wird höchstwahrscheinlich versuchen, das durchzudrücken und auch im Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht drin, dass sie für TTIP sind, obwohl der Vertrag noch überhaupt nicht existiert. Wir hatten so einen Fall schon mal vor zwei Jahren. da war das genauso, irgendwie die Piraten haben jahrelang Kampagnen gegen ACTA gemacht, das Freihandelsabkommen zum Thema irgendwie Materialgüterrechte, da ging es um Schlagnahmen von Laptops an Grenzen, um generische Medizin, die nicht mehr, also die einfach beschlagnahmt werden konnte und so weiter. Also große Gefahren eben auch für Grundrechte, die ja auf dem Spiel standen. Und lange Zeit hat es eben niemanden interessiert. Wir hatten aber eben zwei Europaabgeordnete von den schwedischen Piraten im Parlament, die die ganze Zeit an diesem Thema gearbeitet haben und die auch, also Amelia Andersdotter, eine von den beiden, war auch für die Grünen-Fraktion im Europaparlament zuständig für dieses Thema. Und sie hat es eben geschafft, über geschicktes Verhandeln mit den anderen Fraktionen und gestärkt durch diese internationalen Proteste, die dann irgendwann sich auch tatsächlich entfacht haben, nach und nach die ganzen Fraktionen irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Und insofern ist die Ablehnung von Akta nicht ganz unwesentlich auch den Piraten im Europa-Parlament geschuldet, weil der federfüllende Ausschuss im Prinzip dem Abstimmungsvorschlag der Piraten gefolgt ist in dieser Frage. Das hätte aber nicht funktioniert, wenn es eben nicht diese im Prinzip weltweiten Proteste gegen Akta gegeben hätte. Und ich denke, genauso wird es auch gegen TTIP laufen. Im Moment kann man ganz gut sehen, was passiert. Es regt sich so ein bisschen Widerstand und die Europäische Kommission versucht einzelne Aspekte dieses Abkommens abzustoßen, um das ganze Ding zu retten. Also zum Beispiel, ich glaube, also es ist nicht ganz unwahrscheinlich zum Beispiel, dass der Investoren-Schutz aus dem Abkommen rausfliegen wird und dass die Europäische Kommission und auch die USA versuchen werden, eben dieses Abkommen durchzubringen, dadurch, dass sie eben den kontroversesten Teil rausnehmen. Aber auch ohne das ist TTIP eben insgesamt eine Gefahr für die Demokratie und muss abgelehnt werden. Insofern ist es wichtig, dass wir auch als Menschen, die sich gegen TTIP engagieren, darauf vorbereitet sind, auf die Möglichkeit, dass die typischen Kritikpunkte gegen TTIP, wie zum Beispiel die Chlorhühnchen oder der Investoren-Schutz, womöglich in dem letztendrückigen Abkommen so nicht drinstehen werden. Man kann dann natürlich trotzdem damit argumentieren, es ist bei ACTA ein bisschen auch so gelaufen, letzten Endes, die großen Proteste gegen ACTA, die fingen an in Polen, hier in Deutschland hat die Mobilisierung ganz viel über YouTube funktioniert und da war so ein Video im Umlauf, was so ein paar, naja, über Auslegungen der Realität drin hatte und nicht jede Aussage, die gegen ACTA damals so proklamiert wurde, war auch völlig korrekt. Insofern kann man sich überlegen, also man kann sich schon als Hühnchen verkleiden und durch die Innenstadt rennen, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass uns bewusst ist, dass es halt bei ACTA um mehr geht, bei TTIP um mehr geht als nur um diese Chlorhühnchen und dass wir auch verstehen, was ist eben für Gefahren für das Gesetzgebungsverfahren und für die Fähigkeit der Europäischen Union überhaupt in Zukunft noch irgendwelche Gesetze zu verschärfen, was das bedeutet. Nochmal kurz zur Zusammenfassung, also was wollen wir gerade denn anders machen? Im Gegensatz zu zum Beispiel den Grünen sagen wir, diese Fahndungen müssen komplett gestoppt werden. Also wir wollen eigentlich überhaupt kein Freihandelsabkommen zwischen EU und USA, sondern wir sind der Meinung, also Freihandel an sich ist schon in Ordnung, aber das muss mit allen Parteien passieren, die tatsächlich von so einem Abkommen betroffen sind. Das heißt, es muss eine breite Beteiligung der Parlamente geben, von Anfang an die gesamten Vertragsdokumente müssen offenlegen während des gesamten Verhandlungsprozesses, die Zivilgesellschaft muss vernünftig in diesen Verhandlungsprozess eingebunden werden und natürlich auch Entwicklungsländer, also es kann nicht sein, dass die beiden größten Wirtschaftsräume der Welt das im Prinzip unter sich ausmachen und einfach durch die normative Kraft des faktischen globalen Standards setzen, an die sich dann alle anderen zu halten haben. Das heißt, wir wollen multilateralen Ansatz, wo eben auch Entwicklungsländer mit am Verhandlungstisch sitzen und deren Interessen eben dann auch in diesen Aushandlungsprozess einfließen. Wir halten es grundsätzlich für sinnvoll, wenn es gemeinsame Standards gibt, zum Beispiel irgendwie, dass alle Handys die gleichen Aufladestecker haben oder sowas, aber es geht eben um sehr viel mehr bei TTIP und es ist wichtig, dass da eben nicht nur die europäischen und die amerikanischen Wirtschaftsinteressen vertreten sind. Wir versuchen auch dieses Thema irgendwie so ein bisschen kreativ aufzugreifen, zum Beispiel, dass wir eben diese Idee des Living Agreements als Undebt Agreement verbrustet haben. Also wir haben so einen Zombie Walk gemacht in Berlin, wo wir halt auch gesagt haben, so TTIP ist im Prinzip so der auferstandene Akta-Zombie und dann halt irgendwie geschminkt durch die Straßen laufen. Das sind so Sachen, wie man vielleicht auch so dieses typische Massenprotesting mal ein bisschen auflockern kann. Ich hoffe da aber auch auf eure Ideen, wie man das ganze Thema irgendwie ein bisschen plastischer machen kann, ohne halt die ganze Zeit nur auf die Hühnchen rumzureichen. Und ganz wichtig ist natürlich, also dass es die Kombination geben muss. Auf der einen Seite von den breiten Protesten auf den Straßen unter Einbeziehung von allen möglichen NGOs und auf der anderen Seite aber eben auch, dass wir die Europapar in ernst nehmen, weil das Europaparlament ist letzten Endes die einzige Institution, die TTIP auch in der Praxis durch den Rotum stoppen kann. Ja, das wär's von mir. Ich freu mich auf Euren Frank. Ja, es wird ja bei diesem Handelsabkommen hauptsächlich immer über die Standards geredet halt, also die Qualitätsstandards, dass die dann durchmütiger werden könnten. Aber es sollen ja, sobald ich weiß, auch irgendwelche Zölle abgebaut werden, in dieser Seite, das ist nicht Volkswirtschaft, die da noch ganz andere Auswirkungen, also wenn es zum Beispiel so ein Lohndamping-Wettkampf entsteht zwischen Europa und den USA und so. Also ich glaube, es ist relativ, also die Auswirkungen der Abschaffung von Zöllen werden relativ gering, weil die durchschnittlichen Zölle zwischen EU und USA im Moment schon extrem niedrig sind. Also die liegen nur bei drei Prozent. Die sind halt manchmal ein bisschen, also tatsächlich in der Praxis unsinnig. Zum Beispiel die Autoindustrie in Europa baut fertige Autos auseinander, verschifft sie dann in Einzelteilen in die USA und baut sie dort wieder zusammen, weil halt der Zoll auf die Verschiffung der Einzelteile so viel niedriger ist als der auf das fertige Auto, dass es sich halt lohnt, das zu machen. Da werden im Prinzip unsinnige Arbeiten verrichtet. Natürlich, diese Arbeitsplätze würden wegfallen, weil das halt, ja, weil, also das ist aber auch keine volkswirtschaftlich nützliche Arbeit. Ich würde mich an der Stelle sagen, mit BGE-Forderungen könnte man durchaus sagen, das ist eine positive Entwicklung. Insgesamt ist es aber überschaubar, weil, also die Zölle sind tatsächlich nicht so groß und die, also auch diese wirtschaftswissenschaftlichen Studien, die sehen immer irgendwie die größeren Auswirkungen tatsächlich durch den Abbau von Nicht-Zoll-Handelsindernissen, also so die gleichen Sicherheitsstandards und solche Geschichten. Ich glaube, das Lohndumping oder das Runterwettbewerben von Standards, das passiert eher durch einen anderen Mechanismus, nämlich, wenn man zwei Handelszonen irgendwie, ja, also wenn man eine Freihandelszone schafft, dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man macht Harmonisierung, das heißt, wenn jetzt der eine rote Blinker hat und der andere hat orangene Blinker, dann entscheidet man sich dafür, dass entweder alle orange sein müssen oder alle rot, das ist Harmonisierung. Die andere Möglichkeit ist gegenseitige Anerkennung der Standards. Das würde bedeuten, okay, eigentlich müssen in der EU alle Blinker orange sein, aber es gibt eine Sondergenehmigung für amerikanische Unternehmen, auch rote Blinker auf dem europäischen Markt zu verkaufen. Das wäre der andere Ansatz. Und wenn man sich die Dokumente der Europäischen Kommission durchliest, dann spricht vieles dafür, dass sie den zweiten Weg gehen werden. Und das Problem, also das hat zwei Probleme. Erstens, es gibt jetzt einen Anreiz für die Regierung auf beiden Seiten, ihre Standards zu senken, weil sie dann eben den heimischen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, weil die mit den niedrigen Standards auch in den USA handeln können. In den USA passiert das Gleiche, die senken ihre Standards wieder unter den europäischen Standard, um ihren Firmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das heißt, da gibt es dann innerhalb der EU und innerhalb der USA Wettbewerbsvorteil und gleichzeitig wäre es ein Nachteil für alle anderen, weil die sich immer noch an beide Standards halten müssen. Also wenn jetzt ein Unternehmen, das in Asien sitzt, sowohl in den USA als auch in Europa Handel treiben muss, dann muss es eben zwei verschiedene Autos bauen und dorthin verschicken. Das heißt, wenn es tatsächlich so kommt, dass es eben keine echte Harmonisierung gibt und das spricht viel dafür, dann gibt es halt negative Auswirkungen einmal auf die hohen Verbraucherschutzstandards innerhalb der EU und der USA. Gleichzeitig gibt es Nachteile für den Handel in anderen Bereichen der Welt. Ich finde es immer wichtig, was du schon angesprochen hast, dass man immer im Auge behält, dass es auch auf europäischer Seite Interessen gibt, die absolut dafür sind. Zum einen eben der Finanzmarkt, vor allem aus England. Die ja wirklich sehr daran interessiert sind, weniger harte Standards in den USA fahren zu können. Und der zweite Punkt ist, wenn mich das nicht alles täuscht, haben die Amerikaner schrecklich Angst vor Ohrmilchkäse. Also das ist so ein bisschen das, was unser Klohühnchen ist. Die Amerikaner sind in diesem Fall nicht der Feind, sondern ganz, ganz viele Amerikaner wollen das eigentlich genauso wie nicht. Also ich finde es auch wichtig, dass wir, wenn wir diese Proteste aufbauen, dass wir mit den amerikanischen Verbraucherschutzorganisationen zusammenarbeiten und uns auf internationale Protesttage einigen und solche Geschichten. Weil das hat halt bei ACTA extrem gut funktioniert. Die Proteste sind im Prinzip aus zwei verschiedenen Richtungen gekommen. Einmal gab es dieses Aufkamen von Protesten in Polen, die viel dazu geführt hat, dass sich das dann halt auch in der EU verbreitet hat. In den USA gab es aber gleichzeitig eine Protestbewegung, die aus dem Widerstand gegen Sofa und Pipa kamen, also diese Internetzensurgesetze, die es da kurz vor der Ablehnung von ACTA gab. Und leider wurde es aber versäumt, dass die danach sich wirklich vernetzt haben. Also da gibt es unterschiedliche NGOs, also halbwegs gut funktioniert es ironischerweise bei den Globalisierungskritikern, die sind halbwegs vernetzt. Ja, also ich weiß nicht, ich finde gerade als eine Partei, die irgendwie aus dem Internet kommt, ist es mäßig sinnvoll, wenn wir die Globalisierung an sich kritisieren, weil die ist in einer gewissen Weise einfach Fakt. Also uns Piraten gehen das ohne die globalen Vernetzung auch nicht. Es gibt halt einen globalisierten Handel. Was wir jetzt machen müssen, um dem was entgegenzusetzen, ist halt auch globalere demokratische Strukturen schaffen und eine globale Öffentlichkeit, damit wir dem irgendwas entgegensetzen können. Und da ist es halt ganz wichtig, dass wir eben bei diesen Protesten gegen TTIP uns nicht irgendwie gegen die Amerikaner positionieren, sondern halt gucken, das ist letzten Endes ein Konflikt zwischen Unternehmensinteressen und der Bevölkerung auf beiden Seiten des Atlantiks und da müssen wir auch zusammenarbeiten. Soll heißen, nicht die Globalisierung ist das Problem, sondern die Spielregeln? Also, naja, die Globalisierung hat das Problem schon ausgelöst, aber die werden wir halt nicht rückgängig machen, würde ich sagen. Aber dass die Globalisierung eher, sag ich mal, von Märkten auch ausgeht und für weiter gut ist als für Menschen. Ja, klar, also ich meine, das kann man kritisieren. Ist halt, also was ist die Konsequenz daraus? Und ich glaube, die Konsequenz, die Globalisierung irgendwie zurückzudrehen, kann man machen. Ich halte es halt gerade für uns Piraten für sinnvoller, dass wir sagen, okay, wir versuchen, uns auch global zu vernetzen und eben globalere demokratische Strukturen aufzubauen und zum Beispiel eben auch dem Europaparlament mehr Rechte zu geben, damit wir eben zum Beispiel beim Datenschutz den Unternehmen was entgegensetzen können. Also beim Datenschutz ist es jetzt halt so, irgendwie Facebook stellt seinen Server nach Irland, weil dort halt die Steuern niedrig sind und der Datenschutz niedrig ist. Und egal, wo ich jetzt in der EU Facebook benutze, gilt für mich der irische Datenschutz. Und Irland hat daran auch überhaupt kein Interesse, das zu ändern, weil die wollen ja nicht, dass die Unternehmen dort wegziehen. Insofern... Auch im Blick gibt es aber die Initiative, das Steuerrecht zu ändern in Irland, das auch in die EU-Niveau anzugleichen. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass eher liberale Parteien in Irland da wahrscheinlich was dagegen haben werden, weil sie sagen, dann ziehen die Unternehmen mehr weg. Also das ist halt immer so das Standardangument, was da kommt. Facebook baut gerade einen neuen Server in Finnland. Meines Wissens wollen wir da hinziehen, dann im nächsten Fall. Da sind dann dafür die Kühlungskosten zugelegt, dass es sich ruhig rentiert. Ne, also worauf ich hinaus will ist, wenn wir es halt schaffen, dem Europaparlament Kompetenzen in solchen Bereichen zu geben, wie zum Beispiel bei Einheitlichung von Steuern oder wenn wir es schaffen, einen einheitlichen Datenschutz zu verabschieden, dann kann es halt diesen Wettbewerb nach unten innerhalb der EU so nicht mehr geben. Und wir hatten jetzt gerade ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass sich Google an europäisches Datenschutzrecht halten muss. Das bedeutet natürlich auch, wenn es in der ganzen EU den gleichen Datenschutz gibt, dann haben diese Unternehmen die Wahl. Entweder sie halten sich an die Gesetze oder sie zahlen Strafen oder sie treiben keinen Handel in der EU. Und es ist, denke ich, klar, dass ein Unternehmen vielleicht sagen kann, okay, Belgien ist mir egal, dann biete ich mir da halt meine Dienste nicht an, aber halt einen Markt von 500 Millionen Menschen zu ignorieren, das wird kein Unternehmen machen. Insofern hat man dann auch eher eine Handhabe, wenn man auf europäischer Ebene solche Verbraucherschutzstandards angeht. Ich habe eine allgemeine Frage. Stell dir vor, du kommst ins Europaparlament. Und mit wem würdest du eine Fraktionsgemeinschaft eingehen? Wir haben von den europäischen Piraten eine Selbstverpflichtung unterzeichnet, dass wir diese Fraktionsverhandlungen gemeinsam führen werden. Das heißt, ich bin jetzt die, die von allen Piraten am sichersten reinkommt. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gehe zu der und der Fraktion, dann fände ich das ein bisschen unfair. Weil letzten Endes kommt es darauf an, wir haben ganz gute Chancen einzuziehen. Auch in Schweden, in Österreich, in Tschechien. Und die sind von der politischen Ausrichtung durchaus unterschiedlich. Also die österreichischen Piraten sind eher links, die tschechischen Piraten sind eher libertär. Wenn ich jetzt sage, irgendwie da soll es hingehen, dann schwächt das unsere Position und dann gebe ich damit eben auch den Piraten, die noch gar nicht sicher drin sind, die Richtung vor. Aber ist halt so. Ich meine, es ist genauso mit den Kommissionspräsidentschaftskandidierenden. Das ist eigentlich ganz witzig, weil... Ich meine, es ist klar, dass wir nicht bei den Kontrollhautigen landen werden. Das sind jetzt zwei, drei Fraktionen, die überhaupt in Frage kommen. Und da müssen wir dann halt schauen, was sie uns noch zu bieten haben. Ich meine, es ist wichtig, ich werde dann auf einmal möglicherweise 500 Millionen Mitbürger haben. Wie verständige ich mich? Wie sind die sozialen Standards, dass da ausgeglichen, dass wir ausgeglichen haben, von der Grundversorgung her, von der sozialen Sicherung, gehen wir mal von unserem Art 4 aus, dass das als unterste Grenze europaweit dann gewährleistet wird. Welche Wertigkeit hat das jetzt im Gegensatz zu Währungsstabilität, wirtschaftliche Interessen? Das ist ja immer im Vordergrund. Nur, es werden 500 Millionen Menschen dann auch in einem Land leben praktisch. Und da höre ich nirgends von meiner Partei irgendwelche Geschichten, dass ein menschliches Miteinander auch vorbereitet sein will. Also die eine... Ich höre da nie letztlich Strebungen. Nur die wirtschaftlichen Aspekte. Also die eine Sache ist, wie läuft es jetzt? Da ist es ganz einfach so, die Europäische Union hat einen Haushalt, der wird ihr von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. Das heißt, die EU kann nicht die Steuer erhöhen, um dann mehr für Soziales auszunehmen zum Beispiel. Das schränkt natürlich den Gestaltmisspielraum ziemlich weit ein. Das Europäische Parlament hat Haushaltsrecht, das heißt, es entscheidet, wie die Gelder der Europäischen Union verteilt werden, aber es hat halt einen fixen Betrag. Und das ist gerade in der Wirtschaftspolitik, da geht es darum, eben zum Beispiel auch mal gezielt zu investieren, gezielt Steuern zu erhöhen. Das sind alles Dinge, die die EU halt nur sehr bedingt machen kann. Was so die Zukunft angeht, also wir europäischen Piraten, wir sehen uns selber als im Grunde genommen die erste wirklich pan-europäische Partei. Wir haben ein gemeinsames Wahlprogramm, wir treten in 15 Ländern als Piraten an. Wir werden eben diese Arbeit im Europaparlament gemeinsam machen. Und wir sind auch jetzt schon extrem gut vernetzt. Also die beiden schwedischen Piraten, die haben sich halt gezielt auch Piraten aus den anderen Ländern eingeladen. Nicht nur jetzt zur Gründung der Europäischen Piratenpartei, sondern auch eben zum Beispiel wie mich als Praktikantin, um eben halt auch diese Themen, an denen die arbeiten, in die Länder reinzutragen. Und wir machen halt gezielt auch Aktionen, um Leute an der europäischen Politik zu beteiligen. Zum Beispiel hat die Europäische Kommission jetzt im Winter eine Anhörung zum Urheberrecht gestartet. Das war halt so ein Fragenkatalog irgendwo versteckt auf einer Kommissionsseite, aber eigentlich mit total guten Fragen, wie zum Beispiel ist es dir schon mal passiert, dass du im Internet irgendwelche Inhalte nicht angucken konntest, weil du im falschen Land wohnst oder so. Das ist natürlich jedem schon mal passiert. Und wir haben halt diese Fragen aufbereitet auf einer Website, wo sie einfach zu beantworten waren, eben nicht ein 80-Fragen-Word-Dokument oder so, sondern halt eine Seite, wo man konkret sagen konnte, was sind die eigenen Interessensperrpunkte. Und dann hat man halt diese einzelnen Fragen in einem Formular vorgelegt bekommen. Und dadurch, dass wir das gemacht haben, haben sich halt 11.000 Leute an dieser Anhörung beteiligt. Und bei der letzten Urheberrechtsanhörung waren es 200 Leute. Das heißt, wir machen schon ganz konkrete Sachen, um mehr Menschen an der Europapolitik zu beteiligen. Oder ganz einfach, dass die Amelia alle zwei Wochen so eine YouTube-Serie macht, wo sie einfach darüber redet, was gerade im Parlament los ist, woran sie arbeitet. Oder bei ACTA war es halt, dass wir so Webseiten zur Verfügung gestellt haben, wo man die Abgeordneten kontaktieren konnte und denen halt sagen, hier, das ist ein wichtiges Thema. Oder halt irgendwie kostenlos bei denen im Büro anrufen konnte und solche Geschichten. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich sehe im Moment wirklich das Problem, ja, wir Piraten, wir sind für den europäischen Bundesstaat. Wir wollen mehr Kompetenzen eben auf das Europaparlament als direkt gewählte Institutionen verlagern. Gleichzeitig aber eben auch direkte Mitbestimmungsrechte ausbauen, wie zum Beispiel ein europäisches Bürgerbegehren. Aber in der Bevölkerungsmehrheit sehen wir im Moment eigentlich einen Erstarkungsnationalismus. Also nicht nur mit der AfD in Deutschland, sondern halt in allen möglichen europäischen Ländern sind halt diese rechtspopulistischen bis rassistischen Parteien auf dem Vormarsch. Und ich glaube, es ist eine extrem komplexe Frage, wie man dem entgegentreten muss. Aber ich glaube, das Falscheste ist das, was wir im Moment von den anderen Parteien sehen, dass die eben aus diesem Druck selbst nach rechts rücken. Weil ich denke, es ist halt auch Teil irgendwie, also damit es überhaupt so etwas wie einen demokratischen Meinungskampf gibt, dürfen sich die Parteien halt nicht von so etwas in der Enke drängen lassen, sondern müssen halt klar ihre politischen Ziele vertreten. Zum Beispiel die Grünen, in dem Grundsatzprogramm steht, sie sind für den europäischen Bundesstaat, in ihrem Wahlprogramm steht es nicht. Die grüne Jugend hat das beantragt, das reinzuschreiben und es wurde halt abgelehnt mit der Begründung, das sei ja nicht mehrheitsfähig in der Bevölkerung. Das ist halt genau der falsche Weg. Und insofern finde ich das auch richtig, dass die Piraten betont so einen voreuropäischen Wahlkampf haben und eben nicht sagen, wo wir überall dagegen sind, sondern halt auch konkret, wir sind für den europäischen Datenschutz, wir sind für den Ausbau der europäischen Demokratie und da eben auch einfach Gegenakzente setzen. Ganz kurz, die CSU ist meines Erachtens auch das beste Beispiel für die Abwanderung nach rechts. Ja. Weil die haben die Verfahren genauso wie Hitler seit einer Zeit, die schaffen ein Feindbild. Und haben also das ist die absolute Mehrheit bei der Nordtagsfraktion, weil die haben die Aufländer als Schuldige gestellt, dass es uns so schlecht geht. Also das ist absolut asozial, was die brauchen. Das geht erstmal schon. Das ist ja bei der Asylpolitik letzten Endes ähnlich. Also gerade hier Deutschland hat halt eine Asylpolitik, die ganz offiziell das Ziel hat, Leute davon abzuschränken, nach Deutschland zu fliegen. Und natürlich, da gehören dann halt so Maßnahmen dazu wie Arbeitsverbot. Und ja, wenn man Leuten halt versucht zu arbeiten und sie mehr oder weniger jahrelang in so einem Limbo festhängen lässt, natürlich hat das negative Auswirkungen auf die Integration und hat soziale Probleme zur Folge. Und diese sozialen Probleme kann man dann wieder nutzen, um Asylsuchen da als Feindbild aufzubauen. Ich habe noch ein paar Mal eine ganz klare Frage. Es muss Regeln geben für Leute, die zu wandern. Und da braucht man gesamteuropäisch einfach zu sagen, wir haben die und die Gesetze und diesenjenigen ist es zu beachten, dass da mal Klarheit reinkommt. Ich glaube, unsere Gesetzgeber haben schon Jahrzehnte versäumt, einfach die gare Regeln ums abzustellen. Also ich weiß nicht, ich würde sagen, es muss Regeln geben für die Integration und es muss Zuständigkeiten geben. Aber wenn man sagt, klare Regeln für die Zuwanderung, das klingt halt so, als ob man bestimmte Leute nicht reinlässt. Und das ist halt falsch. Also ich halte offene Grenzen durchaus für machbar und glaube nicht, dass die EU darunter leiden würde. Aber es muss halt Zuständigkeiten vor Ort geben. Ansonsten, wenn jetzt keine akuten Fragen sind, ja? Ja, nur weil ich jetzt im Europaprogramm von Piraten nicht ganz auf dem neuesten Stand bin, sind wir für ein europaweites BGE und europaweiten Mindestlohn? Ja. In welcher Höhe jeweils ungefähr? Das steht nicht im Programm. Beim Mindestlohn auch nicht? Nee. Also ich kann nur noch mal nachschauen, aber soweit ich weiß nicht. Beim europäischen BGE, da gab es auch eine europäische Bürgerinitiative zu, die irgendwie gescheitert ist an diesem 1-Million-Stimmen-Quorum. Das ist auch noch mal, aber die haben trotzdem 400.000 Unterschriften in verschiedenen Ländern gesammelt. Das ist auch noch mal sowas. Ich glaube, der erste Schritt ist da vor allen Dingen zu zeigen, dass das halt eine realistische Option ist, dass die nicht notwendigerweise Mehrkosten verursacht. Und wir haben eben auch Dinge im Programm, die zusätzliche Einnahmen schaffen würden, wie zum Beispiel die Finanztransaktionssteuer. Wer hat noch was zu essen zu gehen? Ich würde was trinken. Ich habe jetzt schon was gegessen, aber wir können das gerne irgendwie ohne Frontalvortrag, formal noch ein bisschen weiterfragen. Ich möchte ein bisschen Kleinkoma. Ja. Also vielen Dank, Herr Schiff, das war's. Danke für den Punkt. Vielen Dank.